was geht Leute herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Paddy 2 und diesmal wieder dabei der Flo und Rapid Fire genannt Trigger und ich starte jetzt den Überfall oder was auch immer dieser Ladebildschirm ne Rrrr sexy ach auf ok gut was hast du für eine Waffe Schock war der keine Ahnung hey hast du zweimal Dings was hast du da hast du C4 Trigger hey Trigger hast du C4 du? das sieht so aus wie C4 bei dir 2 mal ja wo hast du ausgerechnet ausgerustet hast wie seh ich denn das? auf Team Setup ja und dann, da steht nicht dabei was das ist oder geh auf übersicht 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 ich halte eine Stolpermine die wollte ich gar nicht mitnehmen kannst du noch raus wechseln ich nehme mal noch ein Munitionsbeutel mit macht das ja ist ja auch besser alter wer pustet das in sein Mikro ich bin bereit ich auch hier 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 und ich bin jetzt total unprofessionell ich trinke jetzt einen Schluck hätte ich vorher machen können hier hier was ist das für eine Mission? mh für eine Autos arrr Schmuckstellen boah das ist für die geilen Autos hallo Genie ja wieso habe ich denn jetzt doch das Dings dabei das C4 hier du hast das wahrscheinlich nicht ausgerustet das vorhin oh die sehen geil aus die Autos ein Falke was ist das für eine Marke was ist das für eine Marke YOLO guck dir die Marke an Flo wo da oben am da da oben halt kurz unter der Stange kurz unter der Stange Falco G YOLO kurz unter der Stange ah YOLO ja ja hier gibt es tolle Sachen wo steht YOLO BOLO nein da steht hier hier muss man denn jetzt hin du musst ganz nah ran und steht hier müssen äh lass klauen YOLO steht oben los was wir machen müssen meine Güte steht und sich hat den Schmuck und passt auf die Polizei und passt auf die Polizei das ist gar nicht aufteilig wie wir uns bewegen die anderen Sachen sind aufteilig also wie wir immer nur Schmuck klauen das finde ich voll nervig na geil okay ich würde sagen wir gehen hoch ah yes pass auf Polizei Polaral oh noch einer noch einer noch einer ach du nein du hast nicht wirklich die Maske aufgesetzt hab ich nicht wir standen wir standen so nah an der Frau hier ok jetzt hat meine automatisch die wie gesagt gesehen wow so jetzt klaut den Schmuck meine Güte Headshot was macht Wulff da jawoll jawoll haben wir alles also das war noch was gebrochen vier Säcke mit Schmuck ich müssen ja ich hab ihr müsst alle ein großes Ding haben mit Schmuck also einfach was man richtig lange aufsammeln muss also einer einer sollte oh 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 Bullerei sind schon viel wupp zwischen hier im Sack ich muss halt was großes aufheben was ist denn groß das das hier die Uhren wo du hast schon Sack du hast schon Sack du musst halt noch auf das Auto warten ja aber da steht steht sicher den Schmuck zu dir nah ja jeder jeder muss einen Sack haben vier insgesamt wow oh ich bin tot was zum was zum warte mal zu hier hoch da haben die haben Säcke immer in den Gang gelegt Ich halte die Bullerei an Ich helfe den Wolf mal hoch Hilfe mit meiner bitte Ja danke für die Hilfe Passiert, bist du tot? Ja klar Ja, da ist noch ein Polizist Leute, bin runtergesprungen Da seid ja Rundher gefallen und gestorben Oh kack, ich töte die ganze Zeit Zivilisten außerdem Oh, jetzt habe ich auch keine Money mehr Und ich bin tot Legt mal die Säcke hier hoch Ja, was auch Hier müsste ich einfach eine Geisel für mich abgeben Was machst du das? Keine Ahnung Ich bin in zwei Minuten da Ich brauche Money Wo ist denn dein Sack, pass ich raus oder was? Ne, den hatte ich da hingeworfen schon Also, der lag da schon Ja, aber da liegen nur zwei Säcke Da oben liegen drei Und du hast da noch auch oder was? Nein Wo liegen nur drei? Ja, äh, der Dings Äh, Schakal, geh mal nach oben Geh mal nach oben, geh mal nach oben Achtung, ich tausche dich gerade ein Ah Na, ich tausche Nee, du hast Wolf reingelassen Ach, Wolf hat noch einen Sack Nein, ihr habt gerade Wolf eingetauscht Wie? Ja, ihr habt jetzt Wolf wieder Und nicht mich Hier liegen nur noch zwei Säcke Schakal, rechts, 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 rechts Zeichen ganz viele Bullen Und dann musst du noch auf den Dings aufpassen Der ist ein Bohrer Der, da wird wahrscheinlich der letzte Sack sein Hinter dir, Schakal Okay, das Wolf Flo, unten ist noch eine Geisel Die kannst du freilassen für mich Aber ich bin in 40 Sekunden eh da, also Ähm Da liegen nur zwei Säcke, ey Oh, ich hab wieder keine Muni Oh, ich wurde eingetauscht Ja, ne Kann Kabelbinder mehr Okay, hier ist Hier oben ist nur ein Sack Nee, zwei Die Polizei hat Einer ist hilft noch Kann die Polizei die Leitung Kann die Polizei die Leitung ziehen? Ammonition Okay, der braucht noch 100 Sekunden Ah, einer wurde schon weggebracht, glaub ich Nee, doch nicht Soll ich hier Muni ablegen? Nein Wo? Ja, hier, okay Hier Oh Alter, ich stehe nicht drücken Okay, das Auto ist wo? Auto down Bist du schon durch? Wart du zu Ich hab keine Muni mehr Oh Gott Hinter uns ist die Bullerei Flo Ich leg mal, ähm Medipack Munition wäre ein bisschen besser Ja, hier liegt doch Muni Habe ich schon längst hingelegt Aber warum sind ein paar Säcke abhanden von da? Ja, ich weiß Einer, ne? Ja, Operation skinsige Kussiges Wart Fokus Wart Fokus kann aus qui Ich hab den letzten Sack Also ich hab noch einen Sack Boah, ihr hattet den noch nichtmals eingesammelt Wo ich genau gesagt habe, nehmt den Schmuck da Ey, wir haben jetzt alle vier Säcke übrigens Hey, wir haben alle Säcke Und alle vier oben Ja Und der Da war ein Ring drin Oh oh Fliege hier Nein Rennt weg Kommt hoch, kommt hoch, kommt hoch Riff nicht mehr Zu viel Alter, das sind viel zu viel da Nein, fünf, vier Wo liegt der denn? Leute, seid genau vor dir, du Mongo Ihr wart in diesem Zimmer drin Ja, egal, wenn du den Magen siehst, geh zum Magen Hä? Abseits, wir haben eine Mission Hase, du wirst abgeschossen Ich weiß Ich konnte den einen Typen nicht töten Oh Mann Ich konnte den einen Polizisten einfach nicht töten Na, ich bin tot Ich konnte diesen einen Typen nicht töten Ich hätte gegen sie auf den draufgehauen, der hat keinen Schaden bekommen Ganz toll Und Schön gefällt mir in der ersten Runde Ja, aber ihr habt auch nicht drauf geachtet, dass da schon drei Säcke lagen, oder? Ich bin mal ganz kurz Doch Wie lange Wir haben uns ja gefragt, wo der vierte war Nein, ihr habt euch gefragt, wo der dritte war Und Rega hat sich sogar manchmal gefragt, wo der zweite war Nein, wir haben ganz ehrlich gesagt, da sind nur zwei Ja, eben Nur zwei Die lagen alle aufeinander Das ist natürlich nicht so toll Macht bereit, Leute So, jetzt müsste ich auch, ähm Rätseln dabei haben Ja, hast du Servus Jetzt passt ein bisschen auf, dass ihr nicht sofort die Dings aufsetzt Das war Schakal Ey, wir standen zu mal an den Nee, das warst du Ganz einfach Hm, das warst du Einfach Ich hab mich auch von hinten noch Weiß nicht, was das bringt, aber Kann man nicht hier irgendetwas Also von da oben müssen wir dann anscheinend gleich runterspringen, oder? Also von hier oben Man kann auch hier schön von hinten reinsteigen Wenn die Tür aufhören Wow Oh Du bist zu nah an einem Polizistenflur Kann er mich durch die Tür sehen, oder was? Und? Pass mal auf jetzt Warte mal Oh 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 Gott Warte, du musst den Pager jetzt benutzen Warte Schieß nicht Ja, jetzt hat er automatisch die Dings aufgesetzt Den Alarm Muss da unten Ah, ne Schlüsselkarte, wer hat denn die? Keine Ahnung Auf jeden Fall sollten wir jetzt so schnell wie möglich die Kisten holen Mach dir die Kisten, ich mach den Bohrer an Hör, wo ist denn hier oben? Der Bohrer ist anscheinend nicht mehr da Mach doch einfach die Tür auf hier Ach, hier oben ist ein Sack Scheiß auf den ganzen anderen Schmuck, ey Hol die Kisten Hol die Beutel Und leg den nicht aufeinander Ich hab zwei Geiseln Oh Mist, die hier vorne sind Was hier ist Sag mir bitte, dass einer von euch, wenn ich das eine Dings geholt hat Ich hab eine Geiseln Nicht Geiseln So eine, äh, komische Tasche Eine Tasche liegt oben Ja, äh, pff Ja komm, ich hol alle vier Ich hab alle vier Taschen jetzt geholt Ach du Scheiße, die sind schon alle drinnen, Mann So, ich hab's alle vier Taschen geholt Alter, ich will's schon bauen Ich war fast so ungenau Alter Kommt hoch, kommt hoch, kommt hoch Kommt hoch Ich hab doch hier alles schon Hey Hochkommen Kommt hoch, Flo, kommt hoch Schnell Wir haben hier alle Kisten Alle Dinger schon Auch noch einen Hier sind Drei Stück liegen hier noch Einen hab ich schon auf Ich liege hier sogar vier Ich liege hier sogar vier Ich liege hier sogar vier Umliegen für vier Ja Ja, reicht doch Ich hab schon einen auf Und triggert schon einen auf Wir müssen die gleich wegbringen Wow Wow, wo ist denn der Bully hier? Wow, wo ist denn der Bully hier? Sag mal, wo seid ihr denn? Ich denke, ihr seid oben Ich bin oben Ich bin oben Ja, ich bin oben Lass uns aus dem Hinterausgang Gleich rausgehen Hat schon jemand Mundi gelegt? Nein Nein, komm, lass uns rausgehen Aus dem Hinterausgang Nehmt euch alle einen Sack Und dann raus Hinterausgang Hier Kommt schnell Wir müssen gleich aber noch Habt ihr alle eine Tasche? Ja Gleich muss noch einer da Einmal einer da rein Und noch eine Tasche holen Ja Da hinten kommt dann der Ähm Hier Wo? Ich kriege die hier hin Hier kommt der Bus hin Okay Äh Einer muss hier bleiben Und die Taschen schützen Ich bleib mal hier Ich und Flo Nein, Flo, geh du noch mal mit Ich bleib dann mit Wolf hier Komm mit Komm drüber Eine Tasche brauchen wir noch Ja, eine Weil wenn ja nicht Leute, die werden zurückgebracht, die Taschen Ja, deswegen ja Und einer von euch hat noch Oh, ne, doch nicht Deswegen hab ich ja Deswegen hab ich ja gesagt Dass wirklich einer hierbleiben soll Leute Ganz was noch tu, oder? Jetzt zum Ben Ich herf die Taschen da rein Ich kann die nicht wegwerfen Ach so Ja, stimmt Mit elf aufheben Mit die G wegwerfen Stimmt, ja Und rein Komm, die letzte auch noch Und hier in den Kreis Komm, rein Trigger Ja, beim ersten Mal fallen Und beim zweiten Mal schauen Wie beim ersten Mal Ja, das macht's noch ein bisschen lustiger Das macht die Folge einfach nur länger Oder so Aber wir haben bestimmt vier gekriegt Äh, 71.000 Oh, wir gehen jetzt gerade Egal Ja, gerade hätte die Hat die Und? Oh, jetzt kommt die XP Brrrr Noch nichtmals ein Level schafft er bei mir, glaube ich Ja, noch nichtmals ein Level Also ich hab ein Level nochmal geschafft Das hat viel gebracht Das hat übel Das hat fast ein ganzes Level bei mir gebracht, aber Bei mir hat's ein ganzes gebracht Habe ich leiste Leichte ballistische West Mitte Ich hab auch die Mitte genommen Oh, Geld krieg ich schon mal nicht Ich muss auch die Mitte nehmen Doch, kann auch Geld Oh, eine Maske Ich hab Kawai Ich hab eine Wäldermoske oder was Kawai Ja, sieht so aus, ne Sailor Moon Ja Lol Äh, und was trägt Trigger Wappenmord The Heavy Wurffel Egal Heavy Wurffel Ja, du hast ne Dings Ähm Es geht ab Ähm, hier das Vorderstück Ich hab das obere von einer Pistel Ah, und ich hab ne geile Sailor Moon Maske Ich weiß, dass es sich auch gleich sofort aus Äh Nein Okay Ähm Nein, nur nicht Okay, das war's dann für die zweite Folge Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen Und, ähm, wir sehen uns dann in der dritten Folge Bis dann Tschüss